Jetzt muss ich erstmal einen Positionswechsel machen Hallo, ich bin's wieder Maurice Heute mal wieder ein Video mit meiner Shisha Wir brauchen mal wieder ein Köpfchen Heute mal ein Special Tabak Von VIP Ein bisschen Grappy Green Die Haare sitzen Ich zeige schon mal die Rauchqualität Die schmeckt sehr grappy Und wenn ich so an die Wiese denke Dann spüre ich dieses Grün in dem Tabak Und den Tabak brauche ich auch wirklich nur wenn ich auf der Wiese bin Weil dann spüre ich das Grüne Ich muss kurz einen Positionswechsel machen Da bin ich wieder Ich zeige euch nochmal die Rauchqualität Ja, ich finde hier eigentlich relativ gut Und ähm, ja Zu dem Tabak kann ich eigentlich nur sagen, dass er richtig grappy ist Ähm, ich müsste jetzt so einen Positionswechsel machen Damit wir im Stehen die Luftfeuchtigkeit wieder haben Damit wir wieder diese gute Rauchqualität haben Und die Entwicklung des Raures Damit man auch das Nebelschiff sieht Da bin ich wieder Heute mal wieder im Stehen Ähm, ich bin wieder in London Ähm Sieht ziemlich scheiße aus das Zimmer Ähm Ich stehe ja jetzt wieder Und ähm, weil ich wieder stehe Ist die Luftfeuchtigkeit wieder perfekt Und Ich zeige euch nochmal den Qualm im Stehen Weil es einfach viel besser, oder? Ja Alters Nebelt ordentlich Jungs Na gut, denn war es das auch wieder mit dem Video Darauf erstmal Einen vollgepissten Eisbonbon Nein Spaß Aber da ist wirklich Pipi drauf Bis später Jungs, Ciao Ciao